Dieser schicke und äußerst sportliche Ford EcoSport Active könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 EcoBoost Benzinmotor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit ist eine grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt. Das sieht schick aus und lässt die Sonne draussen. Mächtige Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fahrersitze mit Leder Sensiko bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fussmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem EcoSport schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne, der Heizbahnfrontscheibe und LED-Licht. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch das Kommunikationspaket Sync 3 Lite. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford EcoSport Active und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.